Herzlich willkommen zum nächsten Lernvideo zur Scheitelpunktform. In diesem Video schauen wir uns die Umwandlung von der Scheitelpunktform in die Hauptform an. Kurz noch einmal zur Erinnerung. Die Hauptform ist ja f von x ist ax² plus bx plus c. Die Scheitelpunktform ist f von x ist a mal x minus m² plus n. Der Parameter a hat bei beiden Darstellungsarten die gleichen Eigenschaften. In den nächsten Videos zeige ich euch, wie man zwischen diesen beiden Darstellungsmöglichkeiten wechseln kann. Wir starten, indem wir die Scheitelpunktform in die Hauptform umwandeln. Wie funktioniert das? Will man die Scheitelpunktform in die Hauptform umwandeln, muss man den Funktionsterm vereinfachen bzw. ausrechnen. Die Umwandlung von der Scheitelpunktform in die Hauptform ist eigentlich auch die einfachste und schnellste Umwandlung. Wir haben jetzt eine quadratische Funktion in der Scheitelpunktform gegeben und wollen diese jetzt umwandeln. Oben steht, man muss diesen Funktionsterm vereinfachen. Das heißt, was machen wir? Wir berechnen die binomische Formel. Achtung, wir müssen das aber noch in der Klammer lassen, weil ja vor der Klammer zweimal steht. x minus 3 zum Quadrat ist die binomische Formel und ist ja x² minus 6x plus 9. So, wenn wir das ausgerechnet haben, multiplizieren wir jetzt noch den Zweier in die Klammer ein. Denn zweier mal jedes Glied der Klammer und wir erhalten f von x ist 2x² minus 12x plus 18. Jetzt addieren wir noch 18 plus 6 und erhalten f von x ist 2x² minus 12x plus 24 in der Hauptform. Musterbeispiel 2, f von x ist minus 3 mal x plus 7 zum Quadrat plus 100. Binomische Formel auflösen, x plus 7 zum Quadrat ist x² plus 14x plus 49. Mit dem minus 3 jetzt in die Klammer einmultiplizieren. Dann erhalten wir minus 3x² minus 24x minus 147 plus 100. Minus 147 und 100 noch zusammenzählen und wir erhalten wieder die Funktionsgleichung in der Hauptform. mit f von x ist minus 3x² minus 42x minus 47. Wie ihr seht, ist die Umwandlung von der Scheitelpunktform in die Hauptform eigentlich recht einfach und die funktioniert immer genau gleich. Beispiel 4. Die quadratische Funktion ist in der Scheitelpunktform gegeben. Wandel in die Hauptform um. f von x ist 0,5 mal x minus 1 zum Quadrat minus 3. Das heißt, was machen wir? Zuerst die binomische Formel auflösen. f von x ist 0,5 mal x minus 1 zum Quadrat ist ja x² minus 2x plus 1 minus 3. Dann mit 0,5 einmultiplizieren. Wir erhalten f von x ist 0,5x² minus x plus 0,5 minus 3. Und zum Abschluss noch die letzten beiden Zahlen zusammenzählen. Und wir erhalten f von x ist gleich 0,5x² minus x minus 2,5. Und wir haben jetzt die Funktion von der Scheitelpunktform in die Hauptform umgewandelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden und ihr könnt es auf weitere Beispiele anwenden. Im nächsten Video schauen wir uns jetzt die Umwandlung von der Hauptform in die Scheitelpunktform an.